Willkommen bei One to Punch. Heute haben wir lange Handel für euch. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte euch unbedingt die lange Handelübungen zeigen, beziehungsweise einfach, was ich damit immer mache. Ich finde, nur mit einfachen Stangen könnt ihr super viele Übungen machen. Euren ganzen Körper kann in Anspruch genommen werden. Und das ist genau wichtig für Kampfsportler. Genau diese Übungen müsst ihr unbedingt machen. Oder die einige davon. Das, was ihr könnt, langsam anfangen und dann aufbauen. Es gibt es auch im Januar von Crosshouse, von unserem Partner, richtig ein Seminar dafür, wie man lange Handel hochhebt. Das werde ich unten im Link teilen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das mitmachen und wirklich sehen, wie gut das ist. Deswegen von One to Punch auf jeden Fall lange Stangen benutzen, weil man hat wirklich viel Spaß und ihr könnt nirgendwo eure Körper austricksen. Überall muss immer Einsatz gemacht werden. Es muss immer volle Kraft gemacht werden. Und ihr könnt immer Gewicht kontrollieren. Oder mehr machen. Was auch immer. Das ist richtig gut. Ihr braucht nicht viel Platz. Deswegen trainiert fleißig. Bleibt bei uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.